Die erste Auslandsreise von König Charles III. seit seiner Krönung soll angeblich ein Wanderurlaub in Rumänien sein. Der britische Monarch wird laut The Sun im Juni in das Land fliegen, wo er demnach mindestens 10 Immobilien besitzt. Rumäniens Präsident Klaus Johannes wird König Charles offiziell in seinem Amtssitz Schloss Kotroseni in der Hauptstadt Bukarest begrüßen, heißt es. Die Reise soll dem Bericht zufolge aber größtenteils als Kurzurlaub gestaltet sein. Königin Camilla ist angeblich nicht dabei. Charles besucht Rumänien der Sun zufolge häufig in den Monaten Mai oder Juni. In der Nähe seines Hauses in Viskri, ein Ort im Kreis Brasov in der Region Siebenbürgen, soll er gerne wandern oder malen. Er sagte dem Bericht nach, einmal über die Landschaft in Rumänien. Hier herrscht ein Gefühl uralter Kontinuität. Ein positiver Kreislauf, in dem Mensch und Natur im Gleichgewicht sind. In seinem Haus dort soll es angeblich weder Radio noch Fernsehen geben.